Der falsche Antrag und schon zerplatzt der Traum. Ich sorge dafür, dass nichts schief geht. Das Ganze natürlich undercover. Es soll groß werden. Genau. Wie eine Märche. Das ist doch mal eine Anseite. Ich glaube, das ist genau das, was Natalie immer wollte. Das Märchenhafte. Die Mama macht heute den Papa einen Heiratsantrag. Mein Auftrag, der perfekte Antrag. Im Disney Channel. Im Disney Channel.